Auf jeden Fall Leute, ihr müsst unbedingt den Gynnie mal unterstützen, damit er hier mal so einen kleinen Push bekommt. Weil ich finde, er hat es verdient, wieder auf seine alte Größe zu kommen. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Mine War. Heute in der Nachwuchstalent Edition, obwohl es nicht wirklich ein Nachwuchstalent ist, sondern mit dem Gynnie zusammen. Hi Gynnie! Hallo! Ja, ich habe mir gedacht, den Gynnie, den kenne ich jetzt schon ein bisschen. Vielleicht kennen ihn ein paar von euch auch. Er hieß früher mal Genius Foxy. Oh Allah. Dass dieser Satz nochmal fallen wird, Genius Foxy. Rest in Peace. Wir haben damals sogar schon aufgenommen. Jetzt hat er einen Kanal restart, also er hat sich einen neuen Kanal gemacht. Ich würde sagen, ihr geht jetzt am besten alle mal auf den Link in der Beschreibung und macht die 100 Abos bei ihm voll, damit er endlich seine Kanal-URL erstellen kann. Ich will mich XYVWHDZZ heißen. Danke! Und keine Ahnung, Gynnie, du kannst dich einfach mal vorstellen. Jo. Ja, mach kurz. Also ich bin der Gynnie, ich mache schon seit ungefähr, keine Ahnung, 2011 Videos. Eigentlich nur sehr, sehr unregelmäßig, aber ich habe mir jetzt einen fetten Mega-PC gekauft. Ja, einen Ultra-PC, den ich auch gerne hätte. Und ja, ich versuche täglich Minecraft-Videos zu bringen, bringe jeden Montag und Freitag ein zweites Video noch mit raus und meistens Rocket League und wenn dann World of Warcraft rauskommt, dann mache ich auch ein Level 100 zu 110 Let's Play und so weiter und so fort. Vielleicht bin ich da dabei, ey. Ja, das wäre nice, das würde ich sehr, sehr gerne machen und ziehe ich auch sicher durch. Ja, ich weiß nicht, ob es Let's Playen wird, das Spielen werde ich auf jeden Fall. Aber doch, wahrscheinlich wird es ja auch Let's Playen. Das wird richtig geil, also Legion wird richtig geil. Oder Lifestream. Da kann ich nicht mithalten, ich habe eine Arschloch-Leitung, Alter. Ja, Gynnie hat die beste Internet-Leitung. Ja, aber vielleicht ziehe ich mal um, dann wird es vielleicht, äh, habe ich bald 10 MBit Uploads. Oh Gott. Ja, ich habe aber auch nur 2.500 MBit, halt, 2.500 MBit. Nein, ich habe nicht sterben. Scheiße, ich bin tot. Ja. Wir spielen übrigens Mine War, habe ich schon gesagt? Keine Ahnung. Ja, hat er. Herzlich willkommen zu Mine War. Mine War. Auf jeden Fall, Leute, ihr müsst unbedingt den Gynnie mal unterstützen, damit er hier mal so einen kleinen Push bekommt, weil ich finde, er hat es verdient, wieder auf seine alte Größe zu kommen. Wie viel hattest du damals? Äh, ja sowas, ja. 5.000. 5.000 Abos. 5.000 Abos. 5.000 Abos. Ich habe früher einen fixter Nachwuchstalent gemacht und jetzt ist das... Genau, Gynnie hat mich früher gepusht und jetzt pushe ich ihn. Genau so war es. Nee, ich hatte, ja, nee, glaube 500 Abos, oder? Mittlerweile sind schon wieder viel, viel weniger. Sieht, man hat mich viel deabonniert auf meinen alten Kanal, ein paar sind mit rübergekommen. Ich würde mal sagen, davon waren sicher 350 inaktiv. Das war auch der Hauptgrund, warum ich dann einen neuen Kanal gemacht habe. Ich war einfach selber auch zu viel inaktiv. Ich habe es ihm halt auch geraten, so ein bisschen. Du hast, wie lange hast du da, zwei, drei Jahre hast du da Videos drauf gemacht? 2011, was, was, also... Ein bisschen. Ja. Wo bist du eigentlich? Ein bisschen, ich bin in der Mitte und hier ist irgendwie keiner bei mir. Und jetzt ballern alle auf mich. Ah, ich sehe dich nicht. Komm mal von der anderen Seite. Ah, scheiße, komm. Ah, ich sehe dich nicht. Das ist jemand anderes. Der ist auch blau angezogen. Komm, stopp. Okay, ich habe einen. Nice. Scheiße, 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 oh, ich bin tot. Alter Schwede. Also, ich bin in der Mitte. Ich versuche die Leute in der Mitte ein bisschen zu wrecken. Oh, was ist da los, Alter? Ich komme zu dir. Ja, irgendeine Farbe sind wir eigentlich. Gelb, wir sind nur drei Leute, nice. Aber... Können wir auf jeden Fall machen. Wobei, ist eigentlich vielleicht auch ein Vorteil. Ja. Wir haben nicht zu wenig, wie soll ich sagen, wir haben nicht weniger, also die wenigsten Spawns. Lass mal zusammenlaufen. Ich weiß nicht, wo du bist, ich komme... Ach, du bist hier. Ich bin ein bisschen low gerade, ich habe Hälfte-Herzen. Oh, du hast ein Eisenschwert. Ja. Hinter uns schießt jemand. Wow, Alter, ich habe eineinhalb Herzen. Ich fange die Kugel für dich ab. Oder was ist das? Nein. Was? Er hat mich einfach getötet. Ich habe ihn getroffen. Moment. Warte, ich komme von hinten und hole ihn. Er ist ein Gollapfel. Er ist ein Gollapfel. Ja, ich komme von hinten und hole ihn. Rot ist der, ne? Ja. Ja, ich sehe es. Noll, ich bin tot. Was? Ich bin tot, ich wurde von hinten erschossen. Ach, komm. Egal, ich töte ihn trotzdem. Ich habe mein Eisenschwert verloren. Nein. Wenn du irgendwo, wenn du gesehen hast, wo ich gestanden bin, könntest du mal versuchen, dahinter zu laufen. Ungefähr. Da liegt nämlich mein Eisenschwert. Okay, er ist tot. Fuck, ich bin auch tot. Alter. Nicht schlecht. Grün ist fast raus. Nicht schlecht, ist das schon mal gut. Ja. Was ist das eigentlich für ein Gegner? Was ist das für eine... Liegen für zauberter Bogen? Nice, Alter. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich komme. Der hat ein Eisenschwert. Das ist meins wahrscheinlich. Ja. Das hole ich mir. Stirb. Nice. Okay, ich bin wieder richtig low. Ich bin wieder geflogen worden. Brauchst du Pfeile? Ich habe zweieinhalb, sechs Pfeile. Ich habe 41, das reicht. Ich sterbe sowieso vorher. Ich sterbe sowieso vorher. Eiss mal den. Wee. Gollab, ja? Und dann lass mal Rot hier vernichten. Also, ich esse noch kurz. Drop auf der Eins mein Schwert. So, jetzt komme. Ich habe am verzauberten Bogen mit Stärkeschlag. Oh, nice. Da vorne ist ein Blauer. Der ist in die Höhle da rein. Ja, lass uns den recken. Welche Farbe ist das hier? Ach so, das ist blau. Oh, pass auf. Ich komme auch mit. Okay, nice. Den haben wir. Die Leute, die spammen hier schon gerne. Ja, ich habe ihn noch getroffen. Oh, oh, oh. Vorsicht, Spawn Protection. Spawn Protection. Nee, es geht. Oh, der stirbt. Und der da hinten stirbt auch. Der hat ein verzaubertes Eisenschwert. Wenn wir den kriegen. Nice. Oh, ich habe ein Herzen. Oh, nein. Ich bin so ein Herzen hat er. Ich wurde von der Seite gerankt, Alter. Krass, Alter. Ich kann dir auf jeden Fall jetzt. Hast du Level? Nee, ja, drei Level habe ich. Okay, okay. Kauf dir auf jeden Fall wieder Goldäpfel. Nee, ich glaube, ich mache mir einen Bogen. Den Goldäpfel habe ich gefunden. Oh, scheiße. Ich habe auch so einen Creeper-Pfeil gekauft. Das ist Gunny. Das ist Gunny. So, weiter geht's. Bist du in der Mitte gerade? Oh, da ist ein Rote. Oh, der hat einen Flame-Bogen, Alter. Ja, ich sehe es schon. Wenn ich den bekomme, ey, das wäre geil. Ich habe ihn gut get... Er ist tot. Er ist tot. Nice. Ich will seinen Bogen haben. Ach so, Kippe, hinter dir. Hinter dir, hinter dir. Nein, nein. Ich habe auch einen Eisenschwert. Alter, ich bin voll abgeschossen. Nein, was? Ich bin tot. Nein, das war meine Creeper. Es tut mir leid. Nein, mich hat irgendjemand abgeschossen. Da liegen mega die guten Sachen, wo ich gestorben bin. Eisenschwert. Ich habe einen gerankt. Ich habe einen gerankt. Bogen. Ich hole mir das alles wieder. Goldäpfel, so. Ich habe alles. Ich habe einen Bogen, Eisenschwert. Ich habe einen Flame-Bogen bekommen. Alter, der ist blauer, ne? Ja. Hast du einen Goldäpfel? Nee, doch habe ich. Oh, ich esse schnell. Oh, Alter, da kommt ein Rote hinter mir. Ja, lauf, lauf, lauf. Oh, Gott. Alter, Alter, komm, wir kriegen wir. Oh. Ich habe ihn getroffen. Oh, komm schon. Nein. Alter, wie der Zickzack läuft, ey. Da ist ein Rote in der Mitte. Kleine Pussy. Kleine Pussy. Ich hole mal ganz kurz. Ich habe ihn einmal gut abgeschossen. Komm, den kriegst du. Loll. Pass auf, da ist noch ein Roter. Ich habe aber noch ein Läpfel. Alter, die Roten, die schießen hart auf uns. Ja, wir sind aber auch viel zu wenig Leute. Dafür, dass wir so wenig sind, sind wir eigentlich... Oh, fuck, wir haben keinen... Nein, ich bin zu tot. Du bist tot? Ja. Oh, schade. Ach, komm, ey. Knappe Sache. Ja. Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Aber ich gehe jetzt... Ich mache jetzt Ammonacum. Komm. Ammonacum. Ammonacum! Nee, du könntest theoretisch noch... Nee, kann man keine Chance mehr haben hier. Die haben noch einen Respawn, die blauen. Danke. Oh, ich bin tot. Scheiße. Ah, TG. Egal, war eigentlich eine relativ spannende Runde, Leute. Ich würde sagen, schaut auf jeden Fall beim Gyni vorbei. Es wäre mega cool, wenn wir die 100 Abos voll machen. Vielleicht auch die 200 oder 300. Das wäre auch lieb. Wäre mega cool. Auf jeden Fall. Zeigt ihm mal so ein bisschen Unterstützung. Schreibt in die Kommentare unter sein letztes Video. Hashtag FixesGG und damit sage ich Tschüss und du hast die letzte Worte. Tschüss. Danke fürs Abonnieren. Tschüss.